Hallo, ich grüße euch zum Teil 12. Wir wollen uns heute mal bei den Grundfragen mal wieder ein geistisches Thema bemühen. Und zwar ist es eben das Hören auf geistliche Eindrücke und wie man dann Passivismus überwinden kann. Das ist natürlich für Leute, die mit christlichen Themen oder auch mit mit altgermanischen Themen überhaupt nicht vertraut sind. Ein bisschen schwierig. Man muss sich das so vorstellen wie ein versandeter Brunnen. Das kennt ihr ja früher noch, wo die Brunnen alle noch gemauert wurden. Unten sind in der Regel Steine oder das Grundgestein gewesen und da sammelt sich dann mit der Zeit das Wasser. Und wenn man jetzt kein Wasser entnehmen muss, muss man regelmäßig Wasser entnehmen aus dem Brunnen, weil sonst sammelt sich unten Sand und Schlick. Und dann kann man, wenn man wirklich Wasser braucht, eben dort kein Wasser mehr entnehmen. Also alter Brunnenbauer weiß das, dass man immer mal, na ehemalige Woche, dort mal eine größere Menge Wasser rausnehmen muss, damit die Kanäle, die das frische Wasser durchspielen, dann sich öffnen und dann Wasser hat, wenn man Wasser braucht. So, und so eine ähnliche Geschichte passiert ja auch, wenn man, wenn man sich zum Beispiel in der Kirche hat taufen lassen. Da gibt es auch bei den Altgermanen solche Rituale. Ich kenne mich aber jetzt nicht so aus, aber ich habe immer mal Gespräche mit Leuten, die so die altgermanische Tradition und Sache pflegen, die das auch bestätigen können, dass es gerade in letzter Zeit dort auch zu sehr großen Manifestationen kommt. Und die kommen eben dadurch, dass bei der Kirche im Prinzip durch die, äh, Verträge mit der Pfarrmacher Reihe eben sich ein Fluchzug gezogen hat. Man muss es mal so sagen. Es kam zu einer Massenauswanderung aus der Kirche. Es kam zum Einschleppen von unbiblischen Lehren, ne. Und da gehört eben auch diese falsche und, äh, verlobene Tauflehre zustande, ne. Man wisst ja selber, wenn ihr Kinder habt, äh, die in der, in der, in der Schule dann in das Alter der Konfirmationen kommen, dass sie dann alle so in der Kirche so konfirmiert werden und, äh, dort eine feuchte Segnung kriegen, ne. Also da wird der Pastor dann hier in das Taufbecken reinladen und so die mit Wasser beträufelt. Das hat mit einer Taufe überhaupt nichts zu tun, ne. Da werden die Leute in einem glauben gelassen, dass sie in einer christlichen Taufe erhalten haben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Man muss einfach wissen, dass in den vielen Jahrhunderten von, von Jesus an bis heute, es immer wieder zu Einflüssen falscher Lehre gekommen ist. Und, äh, dass vor allem eben durch den Einfluss der katholischen Kirche eben aus dem, aus der Schwarzmagie und aus dem babylonischen, äh, schwarzmagisch-babylonischen Bereich, äh, dort gewisse Dinge über, übernommen wurden. Das war ja auch im Isiskult. Und dort war es immer so, dass dort mit einer Art Weihwasser dann alles besprengt wurde. Aber das ist eben gegen christisches Weihwasser. Und das ist, äh, heidnisch, ne. Und die katholische Kirche hat sich reichlich bedient. Und, ähm, das hat sich eben dann auch auf die evangelische Kirche und alle anderen ausgewirkt. Außer die Kirchen, die haben gesagt, wir machen das nicht mit. Wir haben weiterhin die normale Taufe mit Untertaugen. Das ist also bei den Baptisten so. Das ist bei fast allen Freikirchen so. Und das ist auch, ähm, bei der Kirche, wo ich früher war, ähm, so gewesen. Und ich bereue es auch heute nicht. Ich habe einfach durch meinen Dienst bin ich so eingebunden, dass ich dort auch jedes Mal hinfahren kann. Da ist ein Stück weit weg, ne. 40 Kilometer weg. Und da habe ich einfach nicht die Zeit dazu. Aber ich kann nur empfehlen, also wer dann wirklich, äh, nur eine feuchte Segnung hatte, dann sich mal eine ordentliche Taufe reinzuziehen, weil es eben mit diesem versandeten Brunnen zusammenhängt. Äh, das hat einfach, äh, den Grund, ähm, weil ja diese nicht biblische Taufe einen heidnischen Hintergrund hat. Und, äh, da entsteht so ein versandeter Brunnen, ne. Das Wasser kann nicht richtig nachfließen, weil einem da zu laut verstopft ist. Und wenn sich, wenn da was passiert, dann ist das wie ein feuchter, feuchter Sand. Also man ahnt, dass da irgendwo was ist. Und da könnte was sein. Aber wenn man dann Wasser ziehen will, kommt keins, ne. Und da gibt man dann Gottes Schuld, ja, wie kundest du mich dann entleidert? Wie, wie kundig denn hier in die Situation geraten? Aber im Prinzip hat man ja selber den Grundstein dafür gelegt, dass es eben schief geht, ne. Da man eben keine ordentliche Taufe hatte. Und ich hab ja beides erlebt. Ich hatte ja so eine erwachsene Taufe, wo es eben auch nur mit besprengen geht. Und ich hab dann irgendwann mich belesen und hab auch mit anderen Leuten gesprochen. Und ja, da bist du ja der Wiedertäuber und so weiter. Das ist der Dauer Keks, weil die erste Taufe ja schon mal keine richtige war. Und dann hab ich eine ordentliche Taufe gemacht. Und dann hab ich auch mal den Unterschied zwischen dem versandeten Brunnen und dem mit Wasser gefüllten Brunnen gemerkt. So, und dann hatte ich die Gaben, die ich erst wenig hatte, sagte ich, stärker gelegt. Und ich hab noch ein paar dazugekriegt. Es gibt ja insgesamt 30 geistige Gaben, die man mit einer ordentlichen Taufe haben kann. Und viele haben auch von klein auf gewisse Begabungen. Viele Begabungen sind auch natürlich, aber viele sind eben übernatürlich. Es gibt ja viele, die damit Geld machen. Es gibt auch eine ganz klare Warnung. Also wer zum Beispiel die Heilungsgabe hat, also wer die Heilungsgabe zu Geld machen will, darauf liegt ein Fluch. Das ist aber auch nur für die Gabe so besonders herausgestellt. Es gibt aber auch die vielen anderen Dinge, wo eben Leute eine seltene Gabe haben und dann wieder dazu Geld machen. Aber das ist ein Geschenk, dass man in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft, die man ist, ob das jetzt eine christliche Gemeinde ist oder einem so ein Freundeskreis, wo man sich hilft, erstmal zweitrangig. Entscheidend ist, dass man eine Gabe bekommen hat, mit der man auch den Menschen dienen soll. Die einen haben eben eine Gabe, Lehrinhalte sauber rüber zu bringen. Die können einem ein schwieriges Thema so oft bereiten und so erklären, dass es die Leute auch verstehen. Und dann gibt es eben Leute, die Lügen enttarnen, die also ein Gespür dafür haben, wenn sie angelogen werden. Dann gibt es Leute, die, ja, was haben wir, was wir jetzt in nächster Zeit uns erwartet. Ihr wisst ja, dass ihr eine derzeitige Runde macht mit den Schmeta, also diesen vier Blutmonden, wo der letzte dann irgendwann im September diesen Jahres wohl sein soll. Also ein herausragendes Ereignis, was in der Bibel erwähnt wird, dass das noch kommt. Wobei wir nicht wissen, ob das die letzten vier Blutmonden sind, aber es ist im Laufe der letzten 100 Jahre so ein herausragendes Ereignis, was jetzt so ist. Und viele sagen, ja, das ist auch der letzte Papst, weil es gibt ja die acht Könige aus Offenbarung 17 und wir haben ja jetzt den achten König, der letzte Papst. Das ist also der Papst Franziskus und über den ist ja in der Bibel geweisert, dass er in der Hölle fährt, weil er sich mit schwarzmagischen Sachen eingelassen hat. Da fragt man sich, wie kann denn der Papst sich damit einlassen? Man muss einfach wissen, dass der derzeitige Papst ein Jesuiten-General ist. Und Jesuiten ist eine satanische Klautensrichtung, die sich in der Kirche breitgemacht hat und haben den Spitznamen der Giftnummer der Orden des Vatikans. Wir sind also für die Revolution verantwortlich, auch für die Oktoberrevolution sind hauptsächlich die Jesuiten im General, also die Jesuiten-Generale des Vatikans, die den russischen Zorn ermordet haben. Und Lenin war ja einer dieser Jesuiten, das ist kaum bekannt. Viele denken ja, das war ein Kommunist, aber der Kommunismus ist eben nur das Vorgestellte des Jesuitentums und in Wirklichkeit steckt da der Vatikan dahinter. Man will es kaum glauben, aber zusätzlich zu dem ist es auch eine Erfindung des Geldadels, die also den Kommunismus, also eine künstliche Weltrelation geschaffen hat, als Antithese zum Kapitalismus. Ja, und die schrecklichen Auswirkungen wissen wir ja, Stalin, die Mobilmachung, die dann letztlich zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Ja, und viele Kriege der Neuzeit, die alle von einem industriellen, militärischen Komplex provoziert und gesteuert werden, der unter freimaurischer Kontrolle ist. Ja, das muss man einfach wissen. Ja, und diese Ereignisse, das ist ja alles, jedes Mal sterben Menschen, jedes Mal ist Elend auf der Welt, das bleibt ja nicht ungestraft. Also wer Gott spottet, der muss damit rechnen, dass er dann auch irgendwann einmal bestraft wird. Und diese ganze schwarzmagische und bösartige Energie tritt eben in diesem Jesuitengeneral, der sich dann noch als Vertretung Gottes hier darstellt, eben zu Tage. Und da gibt es dann eine Antwort, die sicherlich von Gott kommt, so steht es in der Bibel. Da kann man auch sagen, ja, ich bin ein aufgeklärter Mensch der Neuzeit, ich klappe daran nicht. Also ich halte mich immer an die Wahrscheinlichkeiten aus der Mathematik. Wenn ich in der Vergangenheit gesehen habe, dass 2040 mal ununterbrochen immer wieder das eingetreten ist, was in der Bibel als Vorherseher passiert ist, dann ist es aus rein mathematisch-wissenschaftlicher Sicht, das ist also eine These, die der Prof. Dr. Gitten mal entwickelt hat, unlogisch anzunehmen, dass es beim endlos einten Mal eben nicht eintritt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist extrem gering. Und das macht einfach keinen Sinn, sondern wenn man einen wissenschaftlichen Ansatz hat, dann lässt man die Sache einfach passieren. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann doch so passiert und so eintritt, muss man sagen, dann kann es ja auch kein Zufall gewesen sein. Dann sollte man zumindest für den Fall, dass es wirklich so ist, wie es einem unter Bibel beschrieben hat, sich einem absichern. Und die Absicherung ist eine ordentliche Teufel. Da gibt es leider keine Andromägigkeit. Und man muss auch noch wissen, dass eben das Sabbatgebot zu erfüllen ist, und zwar nach dem biblischen Kalender und nicht nach dem krägorianischen. Und das ist eben eine Herausforderung, die man nur meistern kann, wenn man selbstständig ist. Also wenn ein Angestellte ist, dann hat er einem seine Montag bis Freitag Arbeitswoche und möglicherweise wird er noch am Wochenende rein zitiert. Und so jener kann die Zehngebote nicht erfüllen. Das funktioniert einfach nicht. Und die einzige Möglichkeit ist eben, dass man, sagen wir mal nach Volksaufstand, was auch immer, eben wieder diesen alten Kalender wieder einführt. Also Altgermanen und die Urchristen hatten ja einen gemeinsamen Kalender. Und dann würde das wieder zum friedlichen Zusammenleben führen, darf ich mal. Weil die Altgermanen, denen liegt momentan ein großer Segensstrom drauf. Also es gibt die meisten Manifestationen, die jetzt auftritt, sind eben in diesem Glaubenskreis zu Hause. Also jetzt in der evangelischen, katholischen Kirche passiert kaum irgendwas, dass einer geistliche Eindrücke hat. Passiert einfach nicht. So, vielleicht sollte ich auch mal was erklären. Was ist denn eigentlich ein geistlicher Eindruck? Ja, man muss sich das so vorstellen. Also ich hatte, das heißt her, vielleicht zehn Jahre her, bin ich nachts wach geworden, so nachts um drei. Und da sollte ich, habe ich, das müsst ihr euch vorstellen, wächst auf. Und normalerweise hast du ja noch gar kein Vorbild, bist du da müde. Aber an dem Tag war das so, ich war wach und habe was gewusst, was ich nicht gelernt hatte. Ich habe das einfach in einem kompletten Vorplan gesehen, über das, was hier die Zeit passiert. Also in der Zeit, das war so um 2002 rum und dann noch einmal 2004, wo ich diese Finanzkrise gesehen habe. Auch die ganzen Auswirkungen, auch dieses Flüchtlingstrauma, was wir heute erleben. Das sollte ich aufschreiben und sollte es bis neun Uhr dem Wasser übergeben, damit das als Lehrer geprüft werden kann. Da stellt man sich vor und sagt, man muss einen Vollschaden haben. Aber ich habe eben in der Vergangenheit gelernt, dass wenn man auf solche geistlichen Eindrücke erst einmal reagiert, also erst einmal grundsätzlich in zwei Beziehungen, sondern erst einmal so weit geht, wie die Sache logisch ist. Und sagen wir mal, so einen geistlichen Einpunkt, den man hat, niederschreiben, das ist ja nichts Ungewöhnliches, sage ich mal. Man muss es einfach nur machen. So, dann haben wir es aufgeschrieben, damit das nicht verloren geht und dann habe ich schon gemerkt, wie, ja, wo ich gemerkt habe, na, ich habe es eigentlich alles jetzt beschrieben, was du gesehen hast und dann war das auch wie weg. Also man hat nicht den Eindruck gehabt, als hätte ich das auswendig gelernt, sondern das Wissen, das war ein bisschen wie so ein Block. Jedes Mal, wenn du das abgeschrieben hast, also ein Block, dann wurde da kleiner und wenn da dann weg war, hast du den Eindruck gehabt, dass das, was du gesehen hast, in deiner Vorstellung, dass das vollständig und richtig war. Wenn dann irgendwas war, hat sich das meiste ein bisschen anders noch dargestellt, aber da hat man dann noch mal korrigiert, ne. Bis es dann rund war. Wenn es rund war, war der Eindruck immer da. So, und da habe ich also das hinbekommen, das ist ja nicht meine Leistung gewesen, also es war dann so, dass es eben auch so beschrieben war, wie es dann auch später 2007, 2007, 2008 eintrat. Und das ist aber eben keine Leistung, die von mir ist, sondern die eben aus einer Taube stammt, die ordentlich war. Und wenn man, wenn man das einmal gemacht hat und immer so einen eistlichen Eindruck erlebt hat und dann die Bestätigung dafür kriegt, ne, ich bin also dann dadurch, dass ich ja nur erstmal früh diesen Eindruck abgehalten habe, ein bisschen später auf Arbeit gewesen, ich konnte mir ja dort eine Zeit einnehmen, war ein paar Mitarbeiter. Und ich bin rein und in dem geistigen Eindruck hatte ich auch dann noch gesehen, dass mir jemand dort um neun was übergeben will. Ich sollte also dann auch hingehen und ich dachte, um neun, was ist denn um neun, ich habe keinen Termin heute, ich gehe auch schon auf Arbeit, vielleicht klärt sich das so. Ich gehe da hin und da kommt mir jemand entgegen, ein Freund, da sagt er, hier guck mal, ich habe eine Videokamera, die ist mir das Wasser gefallen, ja, beim Haftding, da ist die unten aufgeschlagen. Und ob ich sie reparieren könnte. Und ich dachte, ja, kann ich, kann es versuchen. Ich habe da noch keine Videokamera repariert, aber ich kann es versuchen. Dann habe ich die aufgeschraubt und dann habe ich auch so wieder gesehen, was ich da der Reihe nach auch mal prüfen und messen sollte. Und dann habe ich die dann auch reparieren können. War auch für mich eine richtige Bestätigung und Erfolgserlebnis. Ja, und dann habe ich die dann, ein paar Wochen später wieder über den Ort gehauen, dann habe ich die nochmal repariert und beim dritten Mal. Ja, da war es halt auch ein Schrott. Gut, aber das sind so Erlebnisse. Und immer dann, wenn ich in so einer Situation mal wirklich gehorsam und genau das gemacht habe, was dieser geistische Eindruck ausgedrückt hat, dann war das immer ein besonderer Segen. Und immer dann, wenn ich das versägt habe, weil ich gesagt habe, nee, also es wird das, nee, und ich schlaufe, das ist alles zu viel und zu viel Stress, dann hat sich das in den Flug verwandelt. Das heißt, wer eine Gabe hat, der hat nicht nur eine Aufgabe, sondern auch eine Verpflichtung. Und das ist das, was ich vielen immer wieder sage. Ich glaube niemand, keinem Passivisten, dass er keine Vision und keine Aufgabe sieht. Das glaube ich nicht. Weil mir passiert so, ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich irgendwas hätte machen müssen oder tun müssen, was ich nicht irgendwie geleistet habe. Wo ich gesagt habe, ich habe das keine Lust. Und es war entweder immer an der Grenze meiner Leistungsfähigkeit oder es war mit mehr oder weniger Mühe zu schaffen gewesen. Aber dass ich gesagt habe, ist das zu langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe nur Langeweile, ich weiß nicht, was ich tun soll, das ist mir eigentlich in meinem ganzen Leben nicht passiert. Ich habe immer irgendwie zu tun gehabt. Und ich habe auf die Eindrücke, die ich hatte auch immer reagiert. Und in ganz, ganz selten Fällen habe ich eine negative Bestätigung gekriegt. Und das ist das, wo ich mir sage, wenn jemand meint, er kann zu dem guten Zusammenleben und auch zu der Friedensbewegung und zu allem Positiven, was wir als Mitmenschen auf nichts beitragen, weil einem nichts einfällt, dann muss ich schon noch fragen, ob er eine ordentliche Taufe hat. Ganz einfach. Sobald du im Prinzip eine ordentliche Taufe hast, bist du eingestellt und dann kriegst du auch Schutz, du kriegst auch Aufgaben. Und die müssen ja im christlichen Bereich liegen, sondern das ist manchmal auch, dass du Hilfe, jemandem helfen musst, der in einer finanziellen oder einer geistlichen Not oder Nomad braucht oder einfach mal, dass man mal dort anpackt und hilft. Und wenn man einem nicht in dem Fluss drin ist, dann ist es einem nicht so. Und gerade die geistlichen Eindrücke können eben auch das Leben retten. Also es gibt viele Berichte von Freunden, die den Eindruck hatten, ich muss jetzt erst mal weg und dann ist bei denen zu Hause was Schreckliches passiert, wenn sie zu Hause geblieben wären und Lähm gekommen wären oder was auch immer. Ihr kennt dann bestimmt die Geschichte damals, wo diese Flut war in Südostasien, dieser Tsunami. Und da hatte die Gemeinde oder einige wenige den Eindruck, sie sollten jetzt in der Zeit auf den Berg hochbeten gehen. Ja, ich meine, wenn das hier in einer deutschen Gemeinde passieren war, da wurden die so, da spinnt. Aber dort haben die gesagt, also wenn das ein geistischer Eindruck ist, und es sprach ja auch nichts dagegen, dass das irgendwie was wieder Natürliches wäre, das haben die einfach gemacht. Und die sind da hochgegangen und alle anderen, die gesagt haben, ihr habt ja einen an der Waffe, die sind nur Sachen. Und das hat dann so eine Stadt in der Gemeinde das gestärkt, dass man das in geistische Eindrücke, also wenn man den geistisch einnimmt, du sollst jetzt hier von dem Ort weggehen oder du sollst zu dem Ort hingehen, ist es immer eine Sache, die man erstmal grundsätzlich auf Gefahren abchecken muss, aber es liegt immer deswegen, wenn man solche, ich sage mal aus dem Berggefühl heraus, Eindrücke erstmal macht. So, und vorige Woche war es so, da hatte ich eine ähnliche Situation wieder, war nachts um drei wieder wach und hatte eben wieder hier diesen Block an Wissen, wo ich schon sagen, das hast du dir doch aus keinem Buch angelesen, aber es ist da, dann habe ich das auch wieder kurz aufgeschrieben. Und ich war davon dran, ich sollte was zu dem Thema Passivität sagen oder machen. So, ich habe gesagt, Mensch, guck mal, es ist Uhr nachts um drei und so weiter und Mensch, muss denn das sein, kann ich das nicht irgendwann mal das überkriegen, wenn ich Zeit habe und jetzt müsste eben da die Zeit sein. So, dann habe ich natürlich was gemacht, habe eine Kamera eingerichtet und alles und Licht eingerichtet, was ich eben so mache, wenn ich die Videos mache. Alles wunderbar. Ich schalte die Kamera ein und der Audio ist leer. Ja, das ist so klasse, das ist ein geistischer Eindruck, der wie eine Ohrfeige ist. Aber ich habe gesagt, du bist gehorsam geworden, du hast deinen Teil der Abmachung gemacht. Und kaum hatte ich diesen Satz gesagt, habe ich gemerkt, wie so die Energiefluss. Wir wissen ja, ob ihr das kennt, dass sich hier so die Nacken auch aufstellen. Dass ihr guckt, die stehen dann alle in Reihe und Glied. Und da wirst du, dass die Energie in dem Moment zufließt. Und wenn sowas passiert, dann ist das immer, man muss sich vorstellen, wie bei einem Wettkampf, wo du dich qualifizieren musst und dann vor jedem Qualifizierungsschritt oder auf jeden Teillehrergang immer so einen Sticker gekleppt kriegst. Wenn du deine Matte unten voll hast, wenn du die 16 Felder, wie viele das sind, jedes Mal einen Sticker drauf hast, gibt es ja sowieso die, gibt es denn da so Survival Camps, wo wir eben dann Rafting und Tauchen und das alles mal absolviert man dann. Und wenn man da die ganzen Sticker alle draufgeklebt hat und den Kurs so abgeschlossen, dann hat man eine gewisse Qualifikation. Und so ist es auch, wenn man ein geistischer Leiter ist in der Gemeinschaft, hat man gewisse Prüfungen zu bestehen. Und da wird man vor gewisse Situationen gestellt. Und da gibt es den Einsteigergrad, wo, wenn du das erste Mal gewahrsam bist, eben die Bestätigung kriegst. Also ein positives Erlebnis, positive Bestätigung. Und dann gibt es den fortgeschrittenen Kurs, wo du dann eine Aufgabe bist, die ein bisschen schwieriger ist, wo die Bestätigung neutral ist. Also ist okay. Also hast du wunderbar gemacht, du bist ja der Beste. Nee, okay, gerade so neutral. Wie man vom Chef, eine ganz normale Alltagstätigkeit, ja, hast du gut gemacht. Und dann gibt es den Meistercard, also wenn man dort einsteigt, dann ist die Bestätigung negativ. Und dort geht es nur darum, weil man hat ja dann auch eine hohe Anforderung, also ein schwieriges Ding zu leisten. Also gerade wie der Sache mit der Kamera und diesen Fertigstellen, dieses geistlichen Eindruck zu einem festen Termin, war ich den Stress. Dann kriegst du, das sind dann die Meisterlevel, wo du besondere geistische Eindrücke hast und eine besondere Herausforderung hast, das besonders widersinnig und idiotisch erscheint, aber du den Sticker nur kriegst, wenn du diese Hürde genommen hast. Und wenn du daran nicht verbitterst. Und dann kommt, ganz wichtig, eben diese Negativbestätigung. Und dort geht es nur darum, dass du dein Herz nicht verbitterst. Und wenn du das bestanden hast, dann merkst du so richtig, wie das richtig massiv kommt und wie du auch die Vollmacht kriegst, diese geistlichen Segenströme an andere auszuteilen. Ich weiß nicht, ob ihr das spüren könnt. Also wenn jetzt, sagen wir mal, die Energie jetzt kommt, du wirst also, sagen wir mal, du musst eine schwierige Aufgabe durchstehen. Dann merkst du einfach, dass der Energiezufluss kommt, du sagst, hä, du bist in keiner Kirche, du hast nicht gebetet, du hast keine frölle Musik geholt, du hast in Energiezufluss, alle Hörer stehen, Senkrecht, du wirst gar nicht, was los ist. Und es fließt. Du nimmst das und du trinkst das und du viel, also du nimmst es auf und es wird immer schöner und immer kraftischer und immer stärker und am besten immer vier. Aber du lässt das zu und das wird immer mehr und du merkst, wie die Energie immer mehr steigt. Ja, und dann ist das plötzlich weg und es klingelt an der Tür. Kommt dann irgendjemand und fragt dich zu irgendwas und du kriegst dann genau dieses, wieder dieses Paket, wo du dem die Antworten rausziehen kannst. Und das ist eben das, was du erst kriegst, wenn du eben diese Level hinter dir hast. Und deswegen kann ich sagen, du kannst nicht erwarten, dass wenn du irgendwo getauft bist, irgendeine Gemeinde bist, irgendeinen Dienst machst, dass du das von Anfang an alles kannst und bringst. Sondern du musst dich eben im Kleinen als treu erweisen, dann musst du diese Schritte tun, du musst diesen Sport ertragen, wenn einer über dich spotten und sagen, der hat ja wirklich voll an der Schüssel. Aber du hast diese Kraft gekriegt, du hast diesen Auftrag gesehen, du hast den Auftrag auch erfüllt, hast seine Bestätigung gekriegt, alle haben dich blöde angelabert, aber du hast ein Level erreicht, wo du in der nächsten Runde über den Ding stehen kannst. Und das ist das, wo ich sage, du musst an dieser Passivität rausgehen. Sobald du die Anfangslevel erst mal durchstanden hast, eine ordentliche Teile weg, eine ordentliche Leere weg, dass du erst mal auch Energiefluss hast, dass dein Brunnen, das Wasser aufsteigt und dann, wenn dieses Wasser in der Brunnen, der an dir drin ist, dich anfüllt, das dauert. Bei mir waren es 14 Tage, wo das dann erst mal, das ist ein Unterschied, das war ja nur ein Fick. Merkst du das, wie das dann mehr wird und wie du dann auch austeilen kannst, ohne dass es bei dir dann nicht erreicht. Du kannst das dann. Und je mehr du Wasser ziehst, desto mehr kommt noch. Du kannst also zum Beispiel dann Träume deuten, dass dann irgendjemand kommt und sagt, ich habe irgendwas geträumt und ich habe eine Situation, da komme ich überhaupt nicht da. Und du siehst, das vergeht und kannst ihm das erklären. Obwohl du selber in der Situation nicht da warst, das Problem auch nicht hast, aber du siehst das sofort, hast die Lösung und kannst das machen. Und das Gleiche passiert auch, wenn du ein technisches Problem lösen musst. Ich arbeite ja in einem Umfeld, wo es um Fehler suchen geht. Und wo du dein Geld damit verdienst, dass du einen gewissen komplexen Fehler schnell finden musst. Und da brauchst du das auch. Da tägliche deine Arbeit, damit du in einer produktiven Zeit Probleme lösen kannst. Und es ist auch nicht nur, dass es ein technisches Problem ist, es muss auch manchmal betriebserklassische Probleme lösen, wo dich der Geschäftsinhaber einem auch mal anliegt. Weil der sagt, ich habe ja Erfolg und dort Erfolg und dort Erfolg. Wo du das Paket hast, wo drinne steht, der haut dir die Taschen voll. Der will wissen, ob du fit bist. Und dann kriegst du die Pakten und dann kannst du dort reinfragen. Und dann fällt er einander zusammen und merkt, du scheiße, der hat mich durchschaut. So, dann kannst du dort angehen und sagen, na wie sieht denn deine Liquidität aus und das Produkt, was du da verkaufen hast, das hast du doch gar nicht wirklich abgesetzt. Na, dann bricht da alles zusammen, hol dir was vor und dann erst kannst du helfen. Und das ist eben das, was im, sagen wir mal, ab fortgeschrittenen Grad ermöglicht wird. Aber da musst du eben erst mal das Jahr oder das anderthalb Jahr gearbeitet. Du musst aus deiner Passivität rausgetreten sein. Und, um das nochmal zu sagen, wir werden jetzt in eine Zeit reinkommen, wo diejenigen, die eine Prophetie gekriegt haben, so 2000 bis 2004, kam ja in den Gemeinden wirklicher Strom von Prophetien und von Kraft und von Segen. und diejenigen, die gelaufen sind, die gesagt haben, das ist ja meine Prophetie, ich sehe das doch alles nicht, dass ich das alles kann und alles machen muss, aber ich nehme es auch mal auf und lasse es, bewegt das, das was für mich sein kann, aber ich gehe erst mal los. Und die, die das gemacht haben, zu denen gehöre ich auch. Die, aus denen ist dann ein Segen geworden und die anderen, die ihre Gaben eingegraben haben, die gesagt haben, mich geht das nicht, ich habe auch meinen Job und das ist alles rational und da gibt es keine geistigen Eindrücke, die haben es eben versägt, die haben eben nicht mal das Entry-Level geschafft. So, die stehen eben dann in der Krise eben hinten dran. Das ist eben so. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten, werden wir durch Krisen gehen. Finanzkrise, es wird auch geistige Angriffe geben, also dass es dann irgendwie ein Gesetz gibt, wonach du nichts mehr gegen Homos sorgen darfst, nichts mehr gegen Gender-Mainstreaming sorgen darfst, nicht mehr gegen Vergewaltigung, was sagen darf, wenn sie von Ausländern begangen wird, von Kriminalität, die Ausländern darfst nicht mehr sorgen, alles nur noch eine große Toleranz. So, damit diejenigen, die aus deren Lärm nie Gutes kommen, die immer nur Leute betrügen, Leute unter Druck setzen, Leute bestehlen, die Verdumpfer kaufen, denen die Grundrechte entziehen und so weiter, also diese Berufsbösewichte, die werden an die Macht kommen. Das wird einfach passieren. Und diejenigen, die eben einen gewissen Level erreicht haben, die werden einen gewissen Schutz gestellt, denn wenn die angegriffen werden, da stellen sich dann auch die geistigen Messe dagegen, dass die also in einem sprichwörtlichen geschützten Bereich weitermachen können, Versorgte sind mit allem und fern vom Angesicht der Schlange. Ihr könnt das ja gerne mal in Offenbarungen lesen, wo das dann, also da geht es dann um diese Brat Christi. Die Brat Christi sind im Prinzip die aktiven Gemeindeklieder. Das hat nichts mit Kirche zu tun, das sind die Leute, die sich aus der Passivität rausbewegt haben, einen gewissen Dienst übernommen haben, egal ob das jetzt ein sozialer Dienst an Obdachlosen oder Trinkerrettung oder was, da gibt es so tausend Möglichkeiten oder auch einfach normale Jugendarbeit, also das Jugendliche aus schwierigen Familien, das dann geholfen wird. Also egal, du hast irgendeinen Dienst und du deine Dienstgabe hast, wo du was machen kannst und wenn du dich in der Richtung bewegst, wirst du auch den Segensfluss haben und wenn du damit aufhörst, dann darf ich den Segensfluss aufhören. Weil es heißt ja mit folgenden Zeichen, es ist ja nicht so, dass du das ausgeschüttet kriegst und dann immer wieder dazukommst, sondern nur dann, wenn du dich bewegst, kommt auch der Segensfluss. Und wer das eben nicht leben will und wer da sagt, das ist mir alles nichts und es ging auch so und es würde weiterhin so gehen, der typische Passivist, da kommt in der Zeit das Antichristen unter die Räder. Und es steht ja auch in Offenbarung ganz klar da, dass es eben die Laun erwischen wird. Nicht die, die voll dafür sind oder voll dagegen, die voll dagegen sind, die werden im Halbernicht gesteckt, wenn dann die versprochene Wiederkunft kommt und die dafür sind, die werden gerettet und alles, was dazwischen ist, die werden aufgerieben. Das sind eben die Verluste, die da sind. Bis es sich jede von den beiden Richtung entschieden hat. Und wer eben dieses dieses Zeichen des Antichristen annimmt, da gibt es verschiedene Auslegungen, manche das sagen, das wäre irgendein AFID-Chip oder irgendeine Markierung auf der Hand oder auf der Stirn. Es gibt ja Anlegungen, die sagen, das ist das Nicht-Einhalten des Sabbat-Gebots. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wird es so eindeutig antichristlich sein, dass derjenige, der hörendes Leben hat, das so erkennt. Und wenn er sich dann noch richtet und aus einer Passivität rausgetreten ist und gewiss aktiv geworden ist, da wird er auch den Schutz haben. Und der andere wird ihm den Schutz nicht haben, weil er eben nicht das Signal ist, geht er mal weg, hier fällt er kleine Bomben auf den Kopf. Und bei dem wird er das eben ausschlagen, einschlagen ins Haus und dann wird er tot. Ganz einfach. Und man hat ja in der Bibel immer viele Sachen, wie zum Beispiel Loth. in Sodom und Gomorra. Der hat dann die klare Ansage gekriegt, geh aus diesem Haus raus. Das war ja bei dem war das ja damals durch die Homosexualität wurde er da ja bedrängt, dass er dann hier seine Frau und seine Familie für diese Gesellschaft da zur Verfügung standen. Er hat sich da geweigert und da wurde die ganze Stadt mit Blindheit geschlagen, das können wir alles mal nachlesen. Und da gab es nur die Ansage, geh aus dem Haus raus, auf den Berg hoch, aber trete ich nun keine Umständen um. Und seine Frau hat gesagt, ja, ist gut, ich will aber sehen, ich will ja was erzählen und ein bisschen schnattern können, ich will ja was erleben. Und er hat sich umgedreht und war tot. Warum? Wieso? Keine Ahnung. Wie es physikalisch funktioniert, wissen wir nicht. Ob das jetzt eine Salzsäle war oder ob das eben göttliches Eingreifen mit Atombomben war? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Modernen Waffen? Keine Ahnung. Es gibt ja heute Strahlungswaffen, wo eben der Körper so in dieser festen Struktur einfach zusammenbeckt. Er hat neue Waffen entwickelt, also Rönschenlaser oder sowas erzeugen oder sowas in der Art. Wir wissen es nicht. Und gut, und das ist in Sodom, Gomorra gegeben, das hat man ja an dieser verbrannten geologischen Schicht gesehen, wo man einem auch nicht weiß, wie man das deuten soll, ob es mit dem Rücken Einschlag war oder einem viele runtergekommen sind. In jedem Fall sind die zwei Orte dort vernichtet und die SSM auch überliefert. So, na gut, also ihr wisst Bescheid. Ich mache dann noch einmal einen Teil 13, um das dann noch mal ein bisschen verständlicher und deutlicher auszudrücken.